Barbit el-Higara Barbit el-Higara, auch Bebit el-Higara, Bebit-Bebit el-Higara, Bebit-Bebit el-Higara, Bebit el-Higara, das antike Iseum, Griech, Iseion, bzw. Per-Hedit, Alteg, ist ein Dorf und eine archäologische Städte im Nil-Delta etwa 10 Kilometer nordöstlich von Samanud und südwestlich von El-Mansura im ägyptischen Gouvernement El-Gabea. 2006 lebten hier 9829 Einwohner. Der hiesige Tempel gehört wohl zu den bedeutendsten antiken Hinterlassenschaften im Nil-Delta, für den sich Archäologen oder Ägyptologen interessieren könnten. Namensgebung Der heutigen Name leitet sich vom altägyptischen Per-Hebit-Et-Haus, des Gottes, von Hebit oder Festhalle, ab, der um das arabische El-Higara ergänzt wurde. Der Name Per-Hebit-Et wird zwar bereits in Texten seit dem Neuen Reich genannt, wird aber für mehrere Orte gleichen Namens benutzt. Die früheste Nennung stammt aus der Zeit Amenophis III. In koptischer Zeit wurde der Ordner Isi genannt. Der Isis-Tempel war das wichtigste Heiligtum dieser Göttin, Isis von Hebit, in Unterägypten, daher leitet sich auch der Name Isium oder Isidis-Opidum für diese Städte ab. Weitere verehrte Götter waren Osiris, Horus, Anubis und Minet von Koptos. Geschichte über die Geschichte des Ortes weiß man nur wenig. Sie beginnt erst in der Seitenzeit, 26. Dynastie. Man vermutet, dass es vielleicht bereits von Amasis einen Vorgängerbau des Isis-Tempels gegeben haben könnte, der durch das spätere Isium der 30. Dynastie ersetzt wurde. Begonnen wurde der spätere Neubau aus Quarzit, rotem und grauem Granit sowie Basalt unter den Königen Nektanebos I. und Nektanebos II, deren Namen auf einem bzw. drei Steinglöcken lesbar ist. Fortgesetzt wurden die Bauarbeiten unter den Ptolemäern Tolmaios II. Philadelphus I. und Tolmaios III. Eugethus I., von denen auch die meisten in Schriften stammen. Somit erstreckte sich der Bau etwa in der Zeit von 360 bis 221 v. Chr. Der Ort war anfänglich Teil des 12. unterägyptischen Gaus, wurde aber in ptolemäischer Zeit Hauptstadt eines eigenständigen Gaus. Der Tempel muss schon in der Antike als Folge eines Erdbebens oder unter seinem Eigengewicht eingestürzt sein und wurde seitdem geplündert. Bereits im ersten nachchristlichen Jahrhundert, wohl in der Zeit zwischen 43 und der Regentschaft des Kaisers Domitian, wurde ein Block nach Rom für einen hiesigen Isis- und Serapis-Tempel geschafft. Forschungsgeschichte Eine der ersten modernen Beschreibungen des Tempels stammt von den Wissenschaftlern der französischen Napoleon-Expedition, die in den Tempel ein verkleinertes Abbild des Hathor-Tempels von den DERA sahen. Sie fanden und andere Teile von über 10 Meter hohen und 1,5 Meter dicken Säulen. Weitere Beschreibungen liegen von Günther Röder, 1881 bis 1966, und Campbell Cown Edgar, 1870 bis 1938, vor. Die Funde bis in die 1930er Jahre sind in der Bibliografie von Potter und Moos dokumentiert. Eine sondierende Grabung fand nur Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre unter Leitung vom französischen Ägyptologen Pierre Montet, 1885 bis 1966, statt. Eine ausreichende Erforschung steht aber immer noch aus, sodass nicht einmal ein gesicherter Grundriss des Tempels angegeben werden kann. Die Untersuchungen der französischen Ägyptologin Christine Verwarmix stützten sich auch nur auf das bisher verfügbare Material, und andere des Archiv Montets, und eine 1977 durchgeführte fotografische Erkundung, ohne eine erneute Grabung vorzunehmen. Anreise die archäologische Städte von Barbit el-Higara, der, befindet sich im Osten des gleichnamigen Dorfes. Man verlässt im Norden, fährt in Richtung Talca, nördlich von El-Mansura, auf der linken, östlichen, Seite des Kanals und zweigt bei nach Nordwesten ab. Man erreicht das Dorf Barbit el-Higara im Osten. Unmittelbar bevor man das Dorf erreicht, passiert man die archäologische Städte im Süden. Bei zweigt man nach Norden zur archäologischen Städte ab. Das Dorf erreicht man von Samanud aus mit einem Minibus. Die Haltestelle in Samanud befindet sich in einer Seitenstraße des Medan-Mustafa-en-Nuhas-Bascha nordwestlich der Samanud-Brücke. Der Fahrpreis bis nach Barbit el-Higara betrug 2008 50 Piesta. Eine Anreise aus El Mahala El-Kubra und El-Mansura ist in ähnlicher Weise möglich. Mobilität Das Gelände muss man zu Fuß ergründen Sehenswürdigkeiten Das Grabungsgelände des Isiums ist nicht offiziell für Touristen geöffnet. Vor Ort befindet sich aber ein Inspektor, sodass es nicht aussichtslos ist, während seiner Arbeitszeit, sonntags bis donnerstags, 9 bis 14 Uhr, das Gelände zu besuchen. Es ist sinnvoll, den Besuch mit dem antiken Inspektor für pharaonische Antiken in Samanud abzusprechen. Wenn man fotografieren will, benötigt man unbedingt eine, kostenpflichtige, Genehmigung der obersten antiken Behörde, Supreme Council of Antiquities, in Kairo. Man betritt das Gelände im Süden. Im Süden befindet sich auch die Unterkunft des Inspektors, Mr. Iab. Das Tempelareal wird von einer 241 x 362 Meter großen Ziegelumfassungsmauer, knapp 9 Hektar, die knapp 20 Meter dick ist, umgeben. Die Mauer ist noch auf drei Seiten, außer auf der Ostseite, sichtbar. Unweit der Unterkunft des Inspektors wurde ein Sphinx-Nektar-Nebos II. aufgestellt. Im Zentrum befindet sich der Schutthügel mit den beeindruckenden Überresten des Tempels. Der Isis-Tempel hatte die Ausmaße von 55 x 80 Metern, dies sind auch die Ausmaße des heutigen Schutthügels, und entsprachen seinem Aufbau in etwa der Form des Hathor-Tempels von den DERA. Der Eingang des Tempels befand sich im Westen, zu dem eines Fingendallee Nektar-Nebos II. in Form eines Stromos, Korridors, führte. Vielleicht gab es vor dem Tempel noch einen Säulenhof, an den sich ein Pronaus, Vorhalle, angeschlossen haben könnte. Nun folgen ein oder mehrere Seele, in denen sich 10-15 Meter hohe Hathor-Kapitell-Säulen-Tolmaios II. aus rotem Granit befanden. Derartige Hathor-Stützen, deren Reste sich noch finden lassen, werden nur in Tempeln für weibliche Gottheiten eingesetzt. Zur Rechten, im Süden, führte Treppe aus schwarzen Granitblöcken zum Dach. Am östlichen Ende befand sich das etwa 25 Meter breite, 40 Meter lange und etwa 6 Meter hohe Sanktuar, allerheiligstes, Nektar-Nebos II. Mit einem freistehenden Parkenschrein aus schwarzem Granit, der einen Umgang mit Seitenkapellen besaß. Im Schrein ist und andere einer der frühesten Hymnen an Isis aufgezeichnet. Östlich des Sanktuars, hinter dem Umgang, befanden sich drei Kapellen für Osiris Antjerti, die die Wiedergeburt des Osiris als junges Kind und seine Umwandlung in einen Falken thematisieren. In der Rekonstruktion von Fawamix sind dies die Prinzenkapelle zur Linken, im Norden, in der der große Prinz von Antjerti zum göttlichen Falken in Barbit wird, in der Mitte die Resvedia-Kapelle und zur Rechten das Hohe Haus, in welchem Horpheret, Horus das Kind, weilt. Die zahlreichen Fragmente bezeugen die qualitätvolle Arbeit der antiken Steinmetze. Die Thematik der Szenen entspricht dem üblichen Repertoire, dies sind vorwiegend Opferdarstellungen des Königs Dolmaios II. An verschiedene Götter wie Isis, Osiris und Horus, aber auch Nut, Hathor, Tefnut, Nephthys, Hapi, Tchons, Sobek und Anubis. Im Nordwesten der Tempelruine befand sich einst der Heilige See. Unterkunft Unterkünfte gibt es in El Mahala El Kobra und El Mansura. Ausflüge der Besuch des Grabungsgeländes lässt sich mit dem der Stadt Samanud und anderen Städten in seinem Umfeld verbinden.